Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kriegs. Wir schleichen uns einfach mal weiter runter in dieses Häuserwerk. Und den entdecken wir wieder. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, wissen wir noch nicht, worum es geht, aber... So? ... ... Das war's. So, da kommt es da stehen zu sein. Warte mal. Was können wir denn das denn machen? Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Okay, okay, okay. Das ist ja gar nichts. Was ist das? 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 Also. Jetzt muss ich das Ding da oben bewegen, dann kommen wir nach vorne. Ok, jetzt weiß ich hier. Auf! Nein! Mist, der Hände ist ja ungelaufen. Was ist jetzt gleich los? Also, das ist... ...gekehrt. So, noch mal. Oh! 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 Geh, Geh, Geh. Das ist ein Dach. Das ist ein Dach. Ah guck mal, so! Ah ok! Oh Mann! Ja das ist... Alter Schwede! Na gut! Erstmal hier drehen! Oh Mann! Okay, das kann man noch auf jeden Fall gewinnen. Versuchen wir noch mal. Das kann man auf jeden Fall gewinnen. . Ja! Oh, ja. was uns genau spricht weiß ich auch nicht, aber wir haben gewonnen und es ist eine Ausmacht. Ich habe ein Geschenker. Oh, wiederhertüb. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Das ist ein Wut, dein Ding. Nee? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Das war nicht. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ach, das ist bravend, bro. Wer hat da? Der Hitzner, du! Das ist gar nichts. Kann ich das Buch holen? Wahrscheinlich, ne? Na gut. Ah! Aber ich hab da. Da ist er nach oben. Ach so, warte mal. Kannst du ausmachen, dann gehts hier hoch. Ich krieg sie jetzt ja nach oben gleich, hm? Nee, komm. Und da haben wir mal Angst. Kannst du ausmachen? Kannst du ausmachen? Malen, malen. Malen, malen. Malen, malen. Ich könnte ihn jetzt wieder locken. Okay, das war's. Warte mal. Aha, okay. Dafür brauch ich ja jemanden, der hier oben stehen würde. Wie kriege ich die denn hier hoch? Sie fliegt ja immer geradeaus und der Hund haut ja ab. Da ist der Eisenhund da. Das heißt, ich muss die Amy bekommen, dass sie da hoch fliegt. Das ist aber nicht für jeden. Das ist ja so. Das ist ja so. Wo ist das denn? Jetzt müssen sie runter gehen und dann fängt sie gegen ihn und dann aber auch rein und dann schluss das alles wieder hoch Ah, ja, ja. Ah, warte, warte! Es ist noch ein Ritterkast. Und ich habe jetzt zu einer Zeit nachher Entschuldigung! Ah, ah, ah! Ege, warte! Okay, was er genau von uns rollte. Okay, gut, ich würde sagen, wir stoppen für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.